guten abend guten mittag guten morgen andersherum wir sind gerade nacht hier im spiel am tage hier bei mir aber hey wir sind da gut mein name ist jack von jack in the game willkommen zurück zu unserem let's play projekt gut ja warten bis die nacht um ist und dann geht es das gibt in dem raum und dann gehen wir rüber zu grandma pilzgesicht harry ich war nicht ich habe ein gewehr harry macht es nicht harry und da siehst du komm ich raus ne fick sich dich ach doch es ist ruhig gerade hmm hmm ich hasse Ruhe es ist so lästig ich glaube ich kann einfach in Ruhe jetzt entspannen irgendwas ist hier oder nicht ach ey du schon wieder verzieh dich lass mich in Ruhe ich will dich nicht nein man ich will verdüsen ich will verdüsen wenn ich du wäre ich bin ganz ehrlich lass meine Hütte in Ruhe lass meine Hütte in Ruhe lass die Hütte lass die Hütte in Ruhe geht doch Problem gelöst gut verdammt verdammt ist auch noch wieder verdammtes Monster ähm Sachen verkaufen und Sachen wie einkaufen ich brauche Munition Holz Drähte Nägel hmm und Stoff und Batterien ne Batterien eigentlich gar nicht nicht mal so wirklich Batterien ähm ich glaube ich habe sonst alles ja halt die Generator ausmachen und gucken wir brauchen kann man die Rüstung nochmal reparieren können wir nicht verbessern können wir sie auch nicht ich will sie auf jeden Fall mal her halt extra ne so ein bisschen zur Seite ähm 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 pfff das habe ich halt auch nicht so irgendwie was hier was ich noch brauchen kann die Träger noch herstellen ist immer schön vielleicht noch ein Ding in Zeit ne verbannt aber ansonsten ist da eigentlich gar nicht wirklich was da was ich jetzt noch brauchen kann Wollen wir jetzt mal alles raus Wollen wir jetzt mal alles hier rein gut das alles mal in Ruhe bei der Dingsreihe nämlich ähm bei der AOK nie Quatsch wir können alles hier rein äh reparieren wir nochmal die Dingsachse super ich würde sagen wir machen uns auf die Socken zu Omi ähm 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 und schauen um was wir da ähm ähm finden uh das hat ein bisschen in den im Hals gekillert gut ich bin wieder da alles gut ich lebe werde leben das ist wo der Pilzmann ich und mein Pilz ich und mein alter ernsthaft da war eine Falle versteckt oh die habe ich sofort gesehen soooi soidoi du bist ein Scheiß Spinnenmann ich will keiner haben so da ist Holz und dann da runter so gut Ski Omski ähm ja gut Ski Omski wenn Omi mir jetzt nicht den Masilek gibt ja dann werde ich ja aggressiv du dann werde ich auf jeden Fall wie ich sage wenn ich richtig so dann esse ich die Frau ja ja schlechter äh schlechter Titel für eine bestimmte Seite aber jo äh ich habe kein Sprit und auch kein Streichholz leider leider nicht okay okay Tricks Teil oh da ist die Kiste ah ich habe nur die Tricks äh oh das ist sogar passend habe ich irgendwie noch einen molly kann ich einen mollyborn nein okay okay hier ist irgendwie nix e niente oder? oh doch halt klar amigo nimm ma brauche ich nicht nimm ich nimm ich ach komm Kann man vielleicht doch irgendwo noch gebrauchen. Ach ey, lächst man doch am Zipfle du. Pardonche, ohne Alkohol, ohne Dorsche, für den Falle fehle, eh gott, so, eh gott, so, eh gott weiter. So, Fußspuren. Ist auch egal, ich habe jetzt mehr als genug Heal-Items, um da durchzukommen. Ähm, so, Oma, gehen schon zeigen, Kinderzeichnung. Die alte Dame nimmt die Zeichnung und kneift die Augen zusammen. Ein breites, zahnloses Lächeln erscheint ihr auf ihrem Gesicht. Deswegen tut sie hier. Die Frau schaut an die undichte Decke, ehe sie die Augen zusammenkneift. Ich dachte, sie wäre wie dieser Wolf. Bis Ende ihrer Zigarette glüht auf und ein Wölkchen blauen Rauchs weht aus ihrer Nase. Aus dieser Kindergeschichte, der die Oma essen wollte. Sie öffnet ihre Augen und schaut zur verschlossenen Tür. Vor ein paar Tagen ist ein Kind hier aufgetaucht, ein Junge. Er glaubt nicht, wer seine Omi. Die alte Dame hält für einen Augenblick inne, versucht sich etwas in Erinnerung zu rufen. Oma? Er war sehr nervös. Er hat immer wieder einen Reim wiederholt, immer und immer wieder. Er hat sich in der Ecke versteckt und ist da lange sitzen geblieben. Sicher den ganzen Tag lang. Ich glaube, er hat sich am Ende etwas entspannt. Es scheint ihm hier gefallen zu haben. Er zeichnet. Er zeichnet. Ich denke, er zeichnet gerne. Aber seine Zeichnungen sind sehr kinder... Sehr kinder... Ach. Aber seine Zeichnungen sind nicht sehr kinder... Gott, ey, ich hab's aber heute, du. Die alte Dame lächelt erneut. Ich habe ihn wirklich gern um mich. Seine Eltern leben noch, richtig? Sind sie sein Vater? Bruder? Hm. Er ist im anderen Zimmer. Hier ist der Schlüssel. Lass ihn gehen, wenn er mit Ihnen kommen möchte. Zuerst eine leere Zigarettenschachtel. Bringen Sie mir nächstes Mal lieber eine neue. Die Frau betrachtet die Zeichnung auf der Verpackung. Ist es unser Steinbruch? Ah ja, das ist der im südlichen Teil des Umfusses. Okay, gut. Also da ist nichts Besonderes. Die alte Dame möchte ich jetzt nicht essen. Äh... Die war sehr kooperativ. Ist hier noch irgendwas denn? Giftpilze? Plotizen? Okay. Der Junge steht vor einer Wand, die von gewaltigen Pilzen überwuchert ist. Er hat sichtlich Angst. Sein üppiges Haar verschleiert ein ruheloses, weit geöffnetes Augenpaar. Das Kind flüstert, als würde es leise etwas aufsagen. Der Junge kauert sich nieder und drückt den Rücken gegen die weiche Wand, aus der langsam weißer Schleim hervorsickert. Er legt den Arm nach dem Jungen ausstrecken. Der Junge hat große Angst. Langsam rutscht er an der Wand hinab auf den Brunnen und rollt die zweiter Kugel zusammen. Das Gemurmel irrt zu einem lauten Vortrag. Ein kleiner Bär astubert in Ruhe, dann gesät sich ein zweiter dazu. Viele kleine Bären ließen einen Schrei und plötzlich war ein fünfter dabei. Was? Ein kleiner Bär astubert? Ist das? Okay. Das ist eine Kombination. Eins, zwei, vier, fünf. Als ich den Jungen in den Arm nehme, fängt er an zu schreien und in der Reihe immer wieder aufzusagen. Ein kleiner Bär astubert in Ruhe, dann gesät sich ein zweiter dazu. Vier kleine Bären ließen einen Schrei. Plötzlich war ein fünfter dabei. Das wird eine lange Reise. Bitte lass ihn in Ruhe. Er will nicht gehen. Siehst du das nicht? Die alte Dame versucht plötzlich aus ihrem Sessel aufzustehen, doch sie scheitert. Die Frau ignoriert. Lass ihn sofort in Ruhe. Hörst? Ich höre plötzliches Knarzen. Es ist der Sessel, der zusammen mit der alten Dame umstürzt. Ihr Kopf kracht gegen den Boden und zerspringt. Ihre dünnen Arme brechen wie trockene Zweige. Farbloser Schleim zieht aus ihrem Leib. Der Junge verstummt. Ich spüre nur noch seine kleinen Feuchte, die gegen meine Rücken schlagen. Ich höre sein schwaches Weinen. Es tut mir leid, ich musste den Jungen nach Hause bringen. Mama Elefant. Ich bin kein Mörder. Die Dame hat sich selbst so gesehen ins Abseits geschossen. Oder auf den Boden gesetzt. Oder bodene Tatsachen. Sie haben mir mein Kind zurückgebracht. Die Frau bürgt sich zum Jungen. Marcin, wo warst du? Die Junge starrt stumm auf dem Boden. Komm her. Marcin, der geht der Frau entgegen, wobei er nervös in seinem alten, zerrissenen Pulli zupft. Schau dich an, wo ist deine Maske? Und die Gasflasche, die dir dein Bruder so gütig gegeben hat? Seine Liebe schützt uns. Sie füllt unsere Lungen mit sauberer Luft. Und so dankst du ihm, guck mal, Mann, dein kinderisches Verhalten ist. Ihn hat ihn sehr, sehr wütend gemacht. Jetzt musst du dich bei ihm für deine Dummheiten entschuldigen. Die beiden Kinder, die hinter ihrer Mutter stehen, zocken zusammen. Die Frau greift nach der Hand des Jungen und verschwindet im Hausflur. Dreine Weile kommt sie mit einem Sauerstofftank zurück. Nehmen Sie ihn den. Das ist ein Tank für sie. Er schützt sich vor dieser teuflischen Luft, vor dem Atem des Teufels und beim anderen Übel, das an diesem verfluchten Ort lauert. Das ist das Einzige, was ich habe und das Einzige, was ich ihnen geben kann. Der Tank ist ein bisschen rostig, aber er scheint zu funktionieren. Auf der Seite sehe ich ein paar unverständliche Kasteleien. Das Ventil lässt sich mit ein wenig Widerstand öffnen, aber es ertönt nicht das Zwischenaustritt und Luft. Er ist leer. Öffnen Sie das Ventil nicht unnötig. Sie verschwenden nur die saubere Luft. Es schiebt meine Hand vom Ventil und schließt es hastig. Ich hoffe, er nutzt ihn. Oh, warte mal. Lass mich überlegen. Wo könnte ich meine Kondition eintippen? Mir fällt gerade nicht viel ein. Ja, ja, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Aber es könnte auch sein, dass ich da ist irre. Und zwar müsste es doch theoretisch beim alten Schuppen hier gehen. Wie gesagt, ich kann mich auch irren hier. Ja, 1, 2, 4, 5. Das ist schrecklich. Und steckig. Der schwere süßliche Geruch der Blumen vermischt sich mit dem Stank von Verwesung. Die Seiten kleben zusammen, wodurch ein verfaulendes Papierklumpen entsteht. Ganz unter der Notiz. Funkturm. Tür 21. 12 Uhr mittags. Kowalczyk. Trzynski. Oben kann ich nur lesen. Teufelshörner. Orga. Der Rest ist unleserlich. Interessant. Ey. Ich war so total verrückt. Wie gute Elefantenmama ist, der Teufelsche Elefantenmama. Mir fällt ein, ich kann jetzt eigentlich mit dem, ähm... Mit den Sauerstoff-Tanks wirst du jetzt die Tonne lang so durchsuchen, ne? Ich glaube, da hat das einen Frax da oben war noch was. Hier. Ansonsten müsste ich jetzt unkordentlich so wirklich... Warte mal ganz kurz, war eigentlich irgendwie noch was hier? Nee. Ich weiß auf jeden Fall, hier war irgendwie, hier oben war irgendwie was. Da war ein Hund. Glaube ich zumindest. War ein Kriecher. Ich darf nicht drüber rennen. Bin ich denn gerade? Lass die Straße... Ah, gut, okay. Ja, gut, das weiß ich. Ah, okay, gut. Ich kann jetzt nichts entzünden. Gut. Verbrechen wir ganz noch mit der Axt. Überlegen wir uns ganz kurz mal, was wir machen, weil... Jetzt ist es langsam ein bisschen knapp hier mit ganzen Ressourcen, sehe ich. Gut, ich kann auch eigentlich alles da unten rein lagen, auch nebenbei. Ja. Das war schon mit alles. Ich kann auch die geile Falle hinstellen. Ich tauske noch die Batterie noch aus. Das, 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 das. Perfekt. Und ganz kurz nach unten und auffüllen. Gleich da runter, ne? Okay, nice. Das ist gut. Und auf zum Frack. Das sind lecker Pilze halt, ne? Das sind schmatzen. Und in dem habe ich noch vier Stunden. Ach so, vier und halb. Gut, ich bin mal den Baum. Okay, super, ich weiß, wer ich bin. Noch eine Ruine. Ich glaube, ich habe keinen Platz halt für kleine Sachen dort, ne? Ich ziehe nochmal weiter. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass gerade jetzt kein großer Kampf ist oder so. Warte mal. So, das ist Frack. Wann ich hier irgendwo in den Tunnel gewesen? Ich kenne mich auch total. Ich bin mir tot, dass ich hier irgendwo in den Tunnel war. Was ist das hier? Ja, hier, da. Wo bin ich? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist niedergebrannt. Oh, ein Schlüssel. Warte, hab ich hier einen Schlüssel? Ich glaube, keiner weiß, dass die Schlüssel passt. Foto. Warte mal ganz kurz. Warum ist da jetzt ein bisschen ein Schrank davor? Verzeihung, der Schrank war vor nicht davor. Also kollegisch nur... Oh, nice! Danke! Oh. Noch ein Foto. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Oh mein Gott, mal ganz kurz. Okay, so ein Spinn-Game hat langsam auf den Sack. Oh Gott sei Dank, die Rüstung gehabt, aber trotzdem. Sei nur frisch, Spinne, du. Hm. Das kann nichts mehr. Na gut, wir müssen wieder zurück. Ich brauche den Sauerstofftag um zu kommen. Ich brauche so wohl als auch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na gut, weiter geht's in den nächsten Part von Darkwood. Bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Mit Öle. Böhle. Bye Bye.